AGFZ präsentiert «Ken Risiko». Der Didier, unser Experte, ist begleitet, um Ihre Aktivität zu optimisieren und für die Seufall zu vermeiden. Guten Abend. Hitzen wir mit einem besonderen Klient. Er übt seine Berufe. Nämlich nach uns. Guten Abend, Herr Schnabel. Zuerst wollen wir einmal Ihrem Material kickeln. Wow. Es geht aber überhaupt nicht hier. Schau mal, das ist ganz rustig hier. Erholen ist aber auch der Tetanus. Und die Käbel hier, die sind nicht einmal richtig isoliert. Ja, das müsste zum ersten Mal ein Double Knopf gebunden werden. Gehen wir los. Warte, 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 warte mal. So eine grosse Scheibe wie die hier? Ihr habt keine Ruhe oder keine Beile auf der Stirn. Und schon ist es ja günstig. Und schon ist es günstig. Ich sage gerade eine kleine Sekunde. Von welchem Jury ist denn das Gebeu hier? Ja, da sind wir ohne Zweifel in einem Gebeu wie vor 88 gebeuhen worden ist. Da ist bestimmt Blei in der Form. In der Stub los. Hopp, los. Nehmen wir ihn an und beu. Hopp, 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 hopp. Weitere Zuhörer! Alter! Ich muss gerade die Rangieren. Ich hab' es gewusst. Ich hab' gelaufen. Und die grisische Jauchten hier, bestimmt auch. Kommt jetzt eine Pubel. Und dann nur noch eins. Hopp, wir wollen fertig jetzt. Hopp, wir haben jetzt sechs Stunden am Stück. Wie arbeitet man so, Schnabel? Die Leute in ihrem Kollektiven dran müssen jetzt zwölf Stunden Pause nehmen. Das ist der Rangiertisch und nicht, wenn wir uns oben wiederkommen. Also, Herr Schnabel, komm gut heim, gell? Und sie haben eine Furcht, sie ist auf der Strasse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017